Habt ihr mich wieder geholfen? Hallo, unsere Leute zur Unterweiterung von TTT-Fall. Mit ihr? Jan, Dani, Dams, Bagnus, Debola. Wer ist da? Hi. Einen Toten. 5-5-4. Einen Toten, das ist natürlich geil. Wer ist denn der Tote? Shiri ist tot. Oh, war ich runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich kann dir gerne meinen Blutfleck zeigen. Nein, das ist mein Blutfleck. Der zeigt mir deinen Blutfleck. Hast du deine Tage? Ein bisschen. Nicht schön. Holger? Was? Was denn? Au, au, au. Ich fühl mich ganz unkug. Hä? Hä, was, was denn? Ich bin hier nur einfach runter. Ich suche gerade eine Stelle, wo ich nicht sterbe. Du stirbst nirgendwo. Ja. Das reicht schon. Erzähl ich später, erzähl ich später. Ich sag doch, Dance ist es. Nein, das ist es. Ich bin es nicht. Warum soll ich es sein? Oh Gott. Und jetzt Magnus, der ist tot. Reicht, ich hab 38 Schanen. Wer war da? Was? Jan, oder? Jan, bist du okay? Ja, das war das. Ja, das war das. Ja, das war das. Vertrau dir mal, weil sonst hättest du mich... Oh Gott. Äh, Dance! Hä? Ja, Dance ist es. Nein. Nur weil ich das Ziel 4 da angebracht hab? Also das ist jetzt kein Dietz dafür, dass ich später bin. Das ist kein Grund, dass er es sein soll. Finde ich nicht. So, die Frage ist natürlich, wer ist die andere Person? Moller ist tot. Du kannst auf die anderen, du kannst schießen, wenn du... Au, au, au. Ach, dann ist es Dani noch. Hä? Moller ist nicht tot. Moller ist nicht tot. Moller ist nicht tot, er lebt noch. Nein! Oh, Dani hat nen Grappling-Hoch-Klecken-Marsch. Als ob du jetzt einen Punkt dafür ausgehst, Dani, witzliche Arsch. Er hat mich schrattet, das hat mich direkt... Das war ja schon. Und ich hab nen Sandwich. Ach, das ist Josch? Oh mein Gott, nein, 20 Sekunden bitte nicht, bitte nicht, Mama. Dani ist oben? Nein, ich bin da, wo ich immer sein wollte. Für mich ist es vielleicht etwas schwerer, die vertikale Ebene so einfach zu überwinden. Oh, ich hab sie einmal getroffen. Oh, sie geht unter die Map, ist das ihr Ernst? Vielleicht ist es unfair, aber es ist auch Dani. Ja, unverboten. Das ist Jan. Ich muss nur ganz kurz was essen, dann bin ich wieder bei euch, Freunde. Pff. Das war ne Explosion. Tschüss, Dach. Tschüss, war schön mit dir. So, Leute. Au, 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 au. Was denn? So, sind wir uns recht, dass der letzte Josch ist? Pff, das kann gut sein, ja. Äh, jetzt wo du gesagt hast, Essen, Essen ist immer ne gute Idee, oder? Ja, das ist echt ne tolle Idee. Ja. Essen hält fit und gesund, Leute. Wisst ihr, was Essen auch noch hält? 100 Punkte. 100 Punkte? Da oben ist, äh, ist Dani? Ich wollte grad schießen. Nein, schieß nicht auf mich. Ich bin ein bisschen schlauer als Josch. Ich fliege. Ja, du bist eine große Hilfe bis jetzt. Danke, Dani. Es ist ja nicht so, dass ich die Runde irgendwie alleine spiele. Nein. Und mein Traitor-Kollege in meine zwei Minuten reinläuft. Nein. Ich wusste nicht, dass du was gelegt hast. Ja, die werden ja doch auf der Karte markiert. Du hättest auch was sagen können. Ja, sag mal da, die laufen nicht in meine Minen rein. Alter. Ich weiß nicht mehr, wo Josch ist. Ich hab ihn die ganze Runde bis am Anfang nicht gesehen. Ich hab Hunger. Hier ist jemand tot. Kannst du mal endlich wieder von unter der Karte her kommen? Ich war grad. Hast du mich angeschossen? Ja! Komm zurück! Josch, ich kann dir nicht mehr vertrauen. Ich hoffe, das weißt du. Das ist okay. Unser Vertrauensverhältnis ist erschüttert. Ich weiß. Ich fühl mich auch ganz... Ich bin ganz fassungslos, auf meiner Dreistigkeit dich anzuschießen. Das ist schon dreist gewesen. Dafür, dass wir so lange befreundet sind. Ernsthaft? Kannst du aufhören, weiter unter die Map zu fliegen? Ich dreh mich um und seh nur so ein Pixel über die Kante springen! Ich hab keine Ahnung, wo ihr seid. Ist doch nicht schlimm. Nee. Aber sie ist tot. Sie ist tot. Das weiß ich. Egal, du bist so unfähig. Sie hatte sowieso nur noch einen Schuss von mir. Ist interessant. Anstatt, dass sie sagt, wo du bist, fliegt die ganze Zeit durch die Map und sagt, Ja, ja, hi, hi, hi. Achso. Oh, Mann! Wo bist du denn? Ach, da oben! Ja, läuft. Ich hab 6 AP. Hallo. Komm mal hoch, okay? Okay. Du hast jetzt auch einen Grappling Hook? Willst du mich verarschen? Ich hab Dani umgebracht. Was erwartest du? Ach, Dani, ey. Nein, das ist meine eigene. Ach, Mann. Ich muss jetzt einen Headshot setzen, sonst bin ich weg. Das ist doch laut. Oh! Alter, ist doch gefährlich hier. Oh mein Gott. Nein! Danke! Hey! Oh, Mann! Alter, schweig. Ich war negativ im Team. Deine Füße haben ist eine Freude. Ja, ich war überall. Ich war die ganze Zeit an derselben Stelle. Ich wollte mal sagen. Josh stand fast die ganze Zeit da oben drauf. Ich musste was essen. Ja, okay. Du fliegst auch 10 Jahre da rum. Ist das ja so schade. Schiri. Schiri, ich wollte eigentlich Josh einen Headshot setzen. Dann ist er weggegangen und in dem Moment kamst du in die Ecke. Und naja. Das war ein bisschen unlucky. Ich hab Dams nicht getötet mit meinem Digelshot. Ne. Das stimmt. 20 AP hatte ich. Aber ich hatte vorher 140. Als du angefangen hast, auf mich zu schießen, war ich halt noch bei 24. Das war irgendwie ein bisschen unfair. Ja. Ey, Dams, Dams, das Vertrauensspiel. Komm her. Wir machen das Spiel. Wir machen das Spiel. Ah, da. Dani. 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 Ich hab sie noch da runterspring gesehen. Sie hat auf jeden Fall schon Schaden. Warte, 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 warte. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? In der Bücherei irgendwo da hinten. Nein, so bin ich dumm. Na, oder? Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Dani hat, äh. Mal, Maler! Ich treffe ihn nicht. Richtig auch nicht. Nein. Danke. Danke, ja. Das war ein sehr spannender Hund. Das war ein sehr spannender Hund. Ich glaube, ich hab Shiri noch mit umgebracht, oder? Ja, Shiri ist gestorben. Ich wusste nicht, dass überall dann Lava kommt und ich auch sterbe. Ich dachte, ich bin so ein Übermensch. Ja. Du bist ein Übermensch. Ja, ja. Das denke ich auch jedes Mal. Wenn ich deinen Namen höre, boah, denke ich auch immer gleich genau daran. Ne, das war so toll. Wir machen so das Spiel. So legendary Übermensch. Ich muss ihn jetzt erschießen. Ich muss jetzt einfach. Hallo Mollach, lass uns hier warten. Lass uns das Spiel spielen. Lass uns das Spiel spielen. Nein, das ist unfair. Lass uns das Spiel spielen. Lass uns das Spiel spielen. Lass uns das Spiel spielen. Nein. Ja, Mollach, wir spielen das Spiel. Steckfass. Wer einer von uns T ist, dann schau. Mollach, 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 Mollach. Scheiße, ich wusste nicht, ob hinter mir jemand noch ist, sein Weg. Lass uns noch stehen bleiben. Komm, komm ich hier bitte. Mollach, 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 Mollach. Wo liehst du ihr? Was ist denn du namens? Was ist denn du namens? Hallo. Hallo. Hallo Josch. Alter. Alter. Weg ist er. Josch. Ja. Nein. Ich bin unfähig. Danke. Kommt noch jemand. Das hier. Lass drauf schießen. Ja. Oh. Kurz darauf kommt er hoch. Hätten wir vielleicht ein bisschen leid getan. Kann man hier rein irgendwie? Ne. Ne. Man kann aber außen rum und dann hinten. Man kann da rüberfliegen. Wie Dani. Au. Hey Dani. Hätte ich ja auch machen können die ganze Zeit. Weißt, was schön ist, dass wir noch keinen Dani Detective hatten. Wir können da nicht hin. Das ist toll. Danke. Danke. Gejinx. Nächste Runde. Ist sie da. Was habt ihr mitgegen? Ein Dani Detective. Das ist die beste Art von Detective. Ja. Man kommt sich auch in der Unterzeit gegen die. Ist immer der dritte Traitor dann, ne? Also wenn Dani Detective ist, darf man sie als Inno auch töten, ne? Ja. Kommt doch gleich hier raus. Ich bin voll der gute Detective. Ich hab immer golen Siegels am Stissel. Wieso? Das ist auch ein sauguter Tee. Dani. Ich möchte da hoch. Ich möchte hier runter. Ich möchte hier auch runter. Dams, ich komm da nicht hin. Dann muss ich ein bisschen Schaden kasseln. Oh. Wer ist da? Uh. Aua. Oh Gott. Wer ist da? Damage bekommen. Die Horchi. Die Horchi. Ist blöd. Und keine Leiche, aber blöd. Blöd. Keine Leiche, aber blöd. Das ist ja blöd. Vielleicht ist das ja blöd. Oh, wie viele auf dem Turm sind. Jan ist da irgendwie hört auf dem Turm? Jan ist verletzt. Dams ist. Normal, aber blöd. Na, es heißt blöd. Blöd. No. Voila. Oh mein Gott, Wagner. 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 Ich konnte es mir nicht verknallen. Ich wusste, dass ihr mich seht. Aber es ist mal besser. Na, ich will doch hier noch raus. Au. Der hat noch ganz gesagt. Die ganze Runde gemacht. Was hat Josh gemacht? Ich habe das Gefühl, hier wurde da jemand weggessen. Ja, Josh. Ich glaube, ich habe gerade Josh geheadert. Mir liegt eine Leiche. Das ist Josh. Ich habe Josh. Ich habe Josh. Oh ja. Darf ich? Schiri. Schiri, was bist du? Schiri, was bist du? Den Bert habe ich nicht auf mich schieße. Ich habe den Bert aufgehoben. Buchstabier bitte mal. Was ist da wichtig, Schiri? Schiri? Na bitte. Komm, Schiri. Peter? Peter, kommst du? Ja, ja. Moment. Ich muss da erstmal hinfinden. Blockier. Blockier den Weg. Keiner kommt außer dir hoch. Oh ja. Oh. Schiri. Tee, ne? Schiri. 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 Oh Mann. Hallo. Ich habe dich nicht mehr gesehen. Warte. Warte. Der erste Schuss dachte ich auch, wäre safe drauf und dann war ich traurig. Huiii. Huiii. Home run. Bis wohin ist Dani denn geflogen? Aus der Karte raus? Ja. Ewig weit geflogen. Oh, ich konnte es einfach. Ich dachte mir so, boah scheiße, da sieht mich sowieso jemand. Ah, egal. Ich hab's gefeiert. Alter. Das ist so geil. Wir werden dann ein Deal ausmachen können. Du als letztes oder sowas. Weißt du? Und dann hast du auch nicht geschossen. Ja, du hast da nichts gesagt. Der Deal kommt vom Inno. Der Inno sagt, ich hab nichts gesehen. Wenn du mich als letztes anlässt. Ich bin Dani Teckte. Spaß. Gott. Oh nein. Ein kurzer Moment. Boah, dieser Moment. Ein kurzer Moment. Ihr liebt mich alle. Verdammt. Genau. Liebe. Dani. Ich und meine Freunde. 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 Ja, ich war auch ein Granatwerfer. Ja, hab ich. Ist das. Okay, Josh ist böse. Ja. Wo bin ich? Ja, da. Kannst du auch auf mich schießen, wenn du mich siehst, Dani. Ja, du bist cool. Ich schieß immer auf dich. Jan! Home Run! Ja. 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 Komm ich da hoch? Weißt du, jetzt wo ein Granatwerk warst, kann ich die ganze Zeit singen. Ah, we can't get a grenade for ya. Oh. Meinst du? Okay. Das? Ich war's nicht. Molly! Ich war's auch nicht. Einer von euch beiden war's. 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 Ich war's nicht. Ich war's auch nicht. Schiri ist grad verreckt. Die Ärmste. Mann, Schiri. Du darfst doch nicht immer, du darfst doch nicht immer die ganze Türste. Ich bin Dani. Oh, Dani, hallo. Hallo, ich bin Dani. Ich bin Dani. Ich bin Dani, 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 Dani. Moment, es reicht nicht wie Dani auszusehen. Ihr müsst euch auch wie sie benehmen. Was? Ne, 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 ne. Never. Never, ever. Never. Ich war's nicht bewegen. War's gar keinen Sinn. Ich glaube, Molla hat geshoppt. Ich bin mir weiß. Hä, wie soll ich denn shoppen, wenn ich mich gar nicht bewege? Ich fall die ganze Zeit runter und versteck mich nicht immer hin. Molla, 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 Molla. Oh, Josch ist tot. Der Josch ist tot, tot. Dann wurde er anentzündet. Inos ist halt schon ausgestorben. Badumts. 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 Badani. Badumts. Hallööööö. Ich bin heute wieder besonders witzig. Hört ihr das? Ja. Ja. Ja, ja, genau. Da war ein Traumgeが ali atenen. Tut schon weh ein bisschen. Ja, cool. Okay, reicht. Okay, ist das so. Hallo, hier ist jemand, der jetzt nicht auf mich schießt. Hä? Wer schießt denn da auf mich? encore..! Das Ding ist sogar leer. Oh. Du 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 du. Aua, 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 aua. Hallo? Oh shit. Das ist nicht so. Fuckin. Yeah. Oh my second chance. Diese Kackviecher sind überall. Wer hat die gemacht? Warum tut ihr sowas? Also Dams ist übrigens wieder am Leben. Der Dumm sie ist am Leben. Au. Oh. Also irgendwie meinen Tee rund mache ich irgendwie immer anders. Du könntest aufhören immer wieder, immer wieder beleben zu werden. Also hab ich Moller doch erwischt beim Shoppen. Hä? Ne. Ich hab tatsächlich nicht geshoppt. Aber du hast da die ganze Zeit rumgestanden. Dams stand in der Ecke. Wie hab ich dich übersehen? Ich weiß auch nicht. Ich hab halt das Ding instant losgeschossen, weil ich dachte ja okay das kommt irgendwo von da oben. Weißt du? Ja ja. Du hast da oben geguckt. Ich dachte okay gut dass du da oben guckst. Ja ich hab dich halt wie gesagt einfach nicht gesehen. Das war mega. Ah es geht weiter. Ja wir haben auch noch Hunde. Ja. Sag das du. Ja. Hi. Also die Achse ist übrigens so entferne und ziemlich scheiße. Ich hab übrigens mega verwirrt warum ich zweimal so einen Granatwerfer oder so einen Raketenwerfer aufnehme und beide mal das Ding leer ist. Aber that's sad. Ja erst ein Lemonade Launcher und dann der Melan Launcher. Komm dann doch mal auf die Niederr actually. Komm dann auf die Niederr. Komm dann auf die Niederr. Komm dann auf die Niederr. Kannst du das nicht sagen? Lass mich lieber. Nee ich.. Ich wusste ja wo ihr seid grob auf der Map und… Ach da hab ich irgendwas explodiert. Super galition. Geil! Danke, wer auch immer das gemacht hat. Toll, das hilft uns ja wirklich als Ino. Ja, wer macht das wohl? Ey! Das waren die Tees, eindeutig! Genau. Ja, das wäre voll geil, wenn man so ein Item kaufen könnte, so random Art positive Events, dass du das Item für den D-Team entlässt und wegen der D-Team auch positive Sachen für dich. Ich würde es machen, ich würde einfach Moller töten dafür, dass ich wieder fit bin. Hä? Ja, das war mir klar. Da hat jemand dieses Dings ausgelöst, diese Falle. Welche Falle? Eine Trader-Falle. Die mit den T-Dings. Ach, die. Schiri, nebst du noch? Aha. Irgendwie heutzutage? Ich glaub, sie ist mal wieder Tee. Schiri redet mal wieder nicht. Oh, äh, ich schockte übrigens nicht. Hat Schiri diese Opfer eigentlich schon einmal geredet? Nein, nein, ich hab gerade mich gestreckt, wirklich, ich stand zur Ecke, hab mich gestreckt und dachte, oh fuck, jetzt kommt einer, das ist ziemlich dumm aus. Leute! Ist der O drunter gefallen oder? Nein, ich hab doch 28 HP, aber um Leben zu bekommen, kann ich jetzt die nächsten von euch töten. Ich bin's nicht, ja. Ich bin's wirklich nicht. Hallo Schiri. Ich hör ein Hallo Schiri. Ich hab Schiri umgebracht, um Leben zu bekommen. Sie ist Traitor. Sie ist Traitor. Sie ist Traitor. Okay, 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 okay. Traitor. Sie war die Verdächtige, ich hab sie für Leben umgebracht. Ich hab drei Systeme dazu bekommen. Das war's wert. Was, was, was von oben? Ja, da oben ist... Okay, wir sind unten. Josh ist da oben. Josh ist oben. Okay, dann, dann Josh. Wolla, ich würde auch dich töten. Ich brauch noch Leben. Nicht auf dem Turm, sondern auf dem anderen. Ja, ich hätte dich ja locker töten können. Ja. Ja, ja, das ist... Oh, oh! Das hätte jetzt nicht als Random King, ich würde ja jeden töten für Leben. Ah, das ist... Nee, ich töte jeden für Leben. Wenn ich euch töte, krieg ich Leben dazu. Ja, aber das ist tot. Josh, oder? Ein bisschen. Ich würde auch Magnus töten, wenn ich Täter wäre. Äh, wenn ich Täter wäre. Alter Schwede, ey. Okay, äh... GG, Jan, Dams, Moller, Magnus, Schiri. Danke fürs Mitspielen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao. Oh, cheerio. Hey! Hey! Hey!